Österreich, 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 Österreich! Liebe Freunde, es freut mich sehr, dass wir alle hier versammelt sind. In dieser stinkigen Tunheile im Ried. Ich habe die österreichische Bundesregierung schon seit vielen Jahren vor mir hergetrieben. Und zwar hab ich gesagt, wir brauchen eine Grenze zu Slowenien. Und jetzt ist es soweit, jetzt haben wir eine Grenze. Und das Schöne ist, die Grenze wird jetzt eröffnet von der Innenministerin bei einer Live-Übertragung. Und ich danke Herrn Strache für die Initiative. 80 lassen wir jeden Tag durch, durch die Grenze. Da is a Korridor. Was mach ma jetzt mit den andern Tausenden? Frau Innenministerin, wenn ich ganz kurz präsentieren dürfte, was wir uns vorgestellt haben. Also wir haben das Szenario jetzt einfach eins zu eins aufgeschrieben. Also fiktionalerweise. Und es gibt ja viele Szenarien, die eintreten werden. Nachdem die Leute eher nicht so gerne lesen, haben wir gedacht, ich spiel mir einfach so Laien-Theater-Messe. Und der Herr Übungsleiter wird jetzt kurz alles erklären, wie es weitergeht. Gut. Wir haben jetzt die Journalisten gebeten, dass sie das als Embedded Journalisten mitspielen. Die ganzen Szenarien, die Polizisten sind echt so. Asyl! 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 Austria! Austria! Germany! Germany! So spät! Na gut, und was mach ma jetzt mit den links-linken Demonstranten? Ja, da sind wir auch vorbereitet. Und zwar bitte gleich noch einmal zurück auf den Platz, Polizisten. Gut. Say it loud and say it clear! Refugees are welcome here! No border, no nation! Da geht's was haaklinne Gfrasse da, schon dass's weiterkommt! Naja, das wird dem Strache jetzt hoffentlich genügen, oder? Was soll das heißen, dass mir das genügt? Da wird eine Übung gemacht für die Linkslinken und auch für die Ostländer um unser Steuergeld. Und was ist mit uns, mit unseren Österreichern? Was ist mit uns? Auf uns wird vergessen! Auf uns wird immer vergessen! Ja, das stimmt. Was ist mit seinen Leid? Na ja, da haben wir natürlich... Ja, sicher! Haben wir auch eine Probe! Bitte wollen wir noch einmal ganz kurz... Oleg Kieberer, stütz euch noch einmal in! Okay, jetzt reicht's aber voll! Das ist ein Wahnsinn! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! So, herzlich willkommen bei der Kieberei! Leid wie euch können wir brauchen! Na schön! Und wann die Journalisten glauben, dass wir sie vergessen haben, dann sag ich jetzt, was ich mit euch mach! Und das ist keine Übung! Meine Leute von der Presse! Feere! 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 Wir sind von der Presse! Ihr haut uns in die Fresse! Was ich die Papen wollt? Na gerne! Na gerne! Da kommt's her! Maschek! Meine Damen und Herren! Applaus